Daniel Little M. C. Fadden ist ein amerikanischer Ökonometriker. M. C. Fadden erhielt im Jahre 2000 zusammen mit James Heckmann den Preis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel für die Entwicklung von Theorien und Methoden zur Analyse diskreter Entscheidungen. Werdegang M. C. Fadden erhielt einen BS in Physik und einen Doktor in Verhaltenswissenschaften von der University of Minnesota, wo Leonid Hovitsch einer seiner Lehrer war. Ab 1964 arbeitete M. C. Fadden an der University of California, Berkeley, an der er von 1969 bis 1979 eine Professur für Wirtschaftswissenschaften innehatte. Von 1977 bis 1991 war er Professor am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Im Jahr 2005 stand M. C. Fadden der American Economic Association als gewählter Präsident vor. Forschung M. C. Fadden forschte zu ökonometrischen Methoden für diskrete Entscheidungen. Ein Beispiel ist das Lockett-Regressionsmodell. Diskrete Entscheidungen zeichnen sich durch eine beschränkte Anzahl von Möglichkeiten aus, die sich binär modellieren lassen. Eine 1 stünde etwa für Ereignis trat ein, und eine 0 für Ereignis trat nicht ein. Beispielsweise ließe sich untersuchen, ob ein Individuum arbeitet, und nicht wie zuvor, wie viele Stunden es arbeitet. Mit Lockett-Modellen lassen sich jedoch auch Wahrscheinlichkeiten bzw. relative Häufigkeiten modellieren, weil diese numerisch zwischen 0 und 1 schwanken. Beispiele dafür sind Wahlergebnisse oder die Eintrittswahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen. Eine der ersten großen empirischen Anwendungen des Lockett-Modells war daher M. C. Faddens Studie zur Gründung der Nahverkehrsgesellschaft Bay Area Rapid Transit in San Francisco Mitte der 1970er Jahre. Ehrungen 1975 John Bates Clark Medal 1977 Ernennung zum Mitglied der American Academy of Arts and Sciences 1981 Ernennung zum Mitglied der National Academy of Sciences 1986 Frischmedaille der Iconometric Society 2000 Preis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel zusammen mit James Heckmann 2002 Richards Tonpreis Richards Tonpreis 2002 in v .